Dieses Poster durften wir im Sommer 2018 präsentieren auf der ICSLA, International Conference of Sign Language Acquisition. Wir vom HFH-SNF-Projekt Team SMILE, es geht da um automatische Gebärdensprachanerkennung, durften die Inhalte unseres Projektes vorstellen. Es ging uns dabei vor allem um eine linguistische Perspektive auf ein System der automatischen Gebärdensprachanerkennung, welches ja vorher mit Daten gefüttert werden muss. Bei diesen Daten geht es jeweils um die Beurteilung, ob richtig, mehr oder weniger richtig oder falsch, also um linguistische Prozesse der Beurteilung, warum etwas als falsch oder richtig taxiert wird. Die Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, wurden auf diesem Kongress präsentiert.